Klaus Wunder, auch Cesar genannt, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Nach zwei Spielzeiten für den SV Arminia Hannover in der Regionalliga Nordaktiv erhielt der schnelle, mit einem harten linken Schuss ausgestattete Stürmer einen Profi-Vertrag beim Bundesligisten MSV Duisburg. Am 14. August 1971 gab er seinen Einstand in der höchsten deutschen Spielklasse. Als er zur zweiten Halbzeit für Bernhard Dietz eingewechselt wurde, dabei gelang ihm auch die Torvorlage zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Beim 2 zu 1 Sieg im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Sein erstes Bundesligator, der Treffer zum 1 zu 0 in der 42. Minute, entschied die Begegnung am 11. September 1971 im Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der erste Einsatz für seinen neuen Verein, zu dem er zur Saison 1974-75 still gewechselt war, endete mit einem Fiasko. Am 24. August 1974 verlor der FC Bayern München bei Kickers Offenbach mit 0 zu 6. Bereits am 11. und 14. September 1974 sorgte er mit seinen ersten beiden Toren einmal für die Vorentscheidung beim 2 zu 1 Sieg im Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart und einmal für den wichtigen Anschlusstreffer zum 2 zu 3 beim 6 zu 3 Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Nach einer schwachen Saison mit Platz 10, die jedoch mit dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1975 abgeschlossen wurde, spielte Wunder in der Hinrunde der Saison 1975-76 still noch 16 Mal für den FC Bayern München, ehe er ab dem 6. Dezember 1975 auf Leihbasis für Hannover 96 zum Einsatz kam. Zu Saisonbeginn 1976-77 still wechselte er endgültig zu Hannover 96, der inzwischen in die 2. Bundesliga abgestiegen war. In zwei Spielzeiten gelang der Wiederaufstieg trotz Wunders hervorragender Torquote nicht. Zur Saison 1978-79 still wechselte er zum Bundesligisten Werder Bremen, für den er 56 Bundesliga- und 4 DFB-Pokalspiele bestritt. Mit der 2 zu 5 Niederlage im Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum am 31. Mai 1980 endete zum einen sein fußballerisches Wirken, zum anderen die Zugehörigkeit seiner Mannschaft im Oberhaus. Von 1981 bis 1984 war er beim westfälischen Verbandsligisten FC Goffeld aktiv, mit dem er 1983 Meister der Nordstaffel wurde. Seine Fußballkarriere ließ er nach einer weiteren Spielzeit beim Oberligisten TUS Hesse-Scholdendorf ausklingen. Wunder bestritt zwischen dem 18. November 1970 und dem 8. September 1972 20 Spiele für die Amateur-Nationalmannschaft. Am 7. September 1971 beim 3 zu 1 Sieg in München gegen Bulgarien erzielte er seine ersten beiden Tore im Nationaltrikot. Für die B-Nationalmannschaft spielte er dreimal in Folge. Am 29. März und 14. November 1972 sowie am 30. April 1974. In der U23-Nationalmannschaft kam er zu fünf Einsätzen. Erstmals am 29. April 1972 in Jerewan bei der 1 zu 3 Niederlage gegen die Auswahl der Sowjetunion, bei der er das einzige Tor erzielte. In seinem dritten Einsatz am 27. März 1973 in Duisburg erzielte er drei Tore beim 5 zu 1 Erfolg über die US-amerikanische Auswahlmannschaft. Sein letztes Spiel für die U23-Auswahl bestritt er am 24. Oktober 1973 in Bochum beim 3 zu 0 Sieg über Dänemark. Am 5. September 1973 debütierte er in der 64. Minute für Jürgen Grabowski eingewechselt in der A-Nationalmannschaft, die in Moskau mit 1 zu 0 gegen die UdSS er siegte. Erfolge Europa-Pokalsieger der Landesmeister 1975 mit dem FC Bayern München 1 1 2 3 3 6 7